Was bereichert in unserer modernen Welt den Menschen? Was ist uns wichtig? Warum ist Geborgenheit heutzutage wichtiger denn je? Was hat ein Wal mit all dem zu tun oder ein Bienenvolk? Welche Bedeutung hat das Leben und Wohnen bei uns? Was bedeutet heutzutage der genossenschaftliche Gedanke? Ist es etwa das Erleben in der Natur, blühende Landschaften, Kultur oder das städtische Flair? Wie soll unsere gemeinsame Zukunft aussehen? Wie würde es Ihnen ergehen, wenn Sie einen Partner an Ihrer Seite hätten, der sich im gemeinschaftlichen Sinne um viele Belange Ihres Lebens bereits kümmert? Was ist das verbindende Glied in unserer schönen Stadt? Musik Einige von ihnen haben eins gemeinsam. Sie haben ein Zuhause gefunden. Einen Ort, an dem man sich wohl und sicher fühlt. Und wo ist nun dieser Ort? Im Dürener Bauverein. Die besten Partys feiert man halt immer noch zu Hause. Der Bauverein und die gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft für Stadt und Kreis Düren verbindet Menschen. Wir sind die richtige Adresse für gutes und sicheres Wohnen in und um Düren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017